Hallo Papa, liebe Grüße aus Cape Wenger oder besser gesagt auf dem Weg. Wir sind derzeit am 90-Milen-Beach und wollen nachher am nördlichsten Punkt Neuseelands ankommen. Da ich an deinem Geburtstag leider nicht persönlich dabei sein kann, wollte ich mich wenigstens per Videonachricht bei dir melden. Alles, alles Gute zum Geburtstag, bleib wie du bist und ab einem wundervollen Tag. An deinem Ehrentag bin ich noch immer auf einer großen Wanderung im australischen Nationalpark, weshalb ich mich natürlich nicht ganz gut bei dir melden kann. Wir sehen uns aber genau eine Woche danach und als kleines Geburtstagsgeschenk habe ich dir eine kleine Fotokollage zusammengestellt mit einigen Bildern von dem, was ich hier alles erlebt habe und als kleiner Vorgeschmack, was ich die nächste Woche alles zeigen möchte. Ja, wir sehen uns heute in einer Woche. Bis bald, dein Tom. 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 Bis bald, dein Tom.